Adios ihr Loser, hallo Online-Dating. Doch die Liebessuche im Netz birgt einige Gefahren. Ungewisse Erfolgsaussichten? Die haben mir versprochen, klick, 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 wir sind verliebt. Und was passiert? Gar nichts. Falsche Erwartungen. Hier das gute alte Ecstasy. Wie viele willst du? Ich hab fürs erste vier eingeklinkt. Und wenig Platz für Fantasie. Sex, 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 sex. Die ganze Welt dreht sich nur um Sex. Da hat mir einer ein Foto von seinem Ding geschickt. Und noch einer. Und noch einer. Ein Penisfoto sagt mehr als tausend Worte. Zum Beispiel kräftiger Penis, gleich gesundes Immunsystem. Die neuen Folgen. Montag bis Freitag, 19.20 Uhr. Puls 4.